Ich habe mir gedacht, das kann nicht sein. Das kann er nicht machen, der Schüssel, weil da zreißt sie ihm die Partei. Bei der Besetzung der ÖVP war ich auch schon dabei, da war noch kein so ein Lern. Aber dann... Ich habe mir gedacht, die Österreicher sind doch ein Volk, die Zorn werden könnte. Wir geben Geld für Terroristen, wir geben Geld für gewaltliche Zeitungen, wir geben Geld für Arbeitsscheibe, wir haben kein Geld für anständige Rechtsstaat. Friedenland! 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 Heidel ist der Nestbeschmutzer! Vorsichtl, Hinsichtl, Rücksichtl, da sind wir drüber gefahren mit eigenen Experten. Seid ihr Demonstranten? Demonstranten, nur Linke! Flüchtlinge auf die Sauern zu schütten, sie einfach in den Bus zu stopfen und aus dem Land zu werfen, solche Schulden zu machen, so einen Bauernsozialismus und nationalen Antlitz zu führen, das ist schon einmal die Frucht von der Saate, die Wolfgang Schüssel gesetzt hat. Er hat ja wieder mit dem Freiheitlichen die Koalition gemacht und damit definitiv gezeigt, wer das Problem ist. Es gibt Widerstand.